Schreibt jetzt alles auf, was euch über euch selbst einfällt. Wovon träumt ihr? Wen bewundert ihr? Was mögt ihr, was mögt ihr nicht? Arbeiten deine Eltern wirklich in den Markthallen? Schreibst du dich etwa für sie? Guck mal, sie hat einen Preis bekommen. Was denn, nur Silber? Du musst Gold gewinnen. Ihr seid echt furchtbare Menschen. Was ist denn mit dir los? Eins, zwei, drei. Was macht eigentlich eine Familie aus? Und jetzt noch eins. Wie wär's denn, wenn du an diesem Schreibwettbewerb teilnehmen würdest? Für mich ist der Begriff Familie ein Rätsel. Ihr könnt wirklich stolz auf euch sein. Die Leute haben recht. Von dir kann man tatsächlich viel lernen. Spiel reibgel auf! Spiel auananen. Sponnet an zu bewegen. Kill auananen.